Nächsten Morgen, was sagst denn? Ja, ist halt nur ein Ding für eine Nacht. Ist nur so ein Ding für eine Nacht. Alles klar. Alles klar. Wir haben jetzt gerade erstmal mehr als die Hälfte, ne? Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und dann haben wir ein geiles Haus, wo die nicht rankommen. Ich könnte schon wieder essen. Was ist hier los? Ich muss wieder essen. Ich hoffe, du hast auch bedacht, dass die Tür auf der richtigen Seite ist. Keine Ahnung. Nicht, dass wir das vielleicht irgendwo durch ein Fenster einsteigen müssen. Ach, das wird schon. Was kann ich denn jetzt mit diesem komischen Ding machen? Can we worn or used as a decoration? Das Deerskin darf ich bestimmt für irgendwas verwerten. Ah, zwei Deerskins und eine Rope. Dann habe ich so einen komischen Wasserbehälter. Ah ja, wir müssen durch ein Fenster in das Haus. Aber es ist okay. Oh, jetzt bin ich Ihnen gefallen. Aber durch das Fenster kommt man super rein. Also alles gut. Ich komme auch mal. Ich muss auch essen. Ich muss essen. So, ich glaube, ich esse heute mal Fuß. Unterschenkel mit Fuß. Guck mal, hier haben wir noch zwei so komischen Holzdinger drin. Wie lange so ein Fuß wohl braucht, bis der fertig gegrillt ist? Ach, je nachdem, ob du den Englisch oder durchhaben willst. Ah, jetzt kann ich schon essen. Oder wie hier barbarisch. Erst ein bisschen rötlich. Bekommt mir auch eigentlich echt gut dafür, dass das Menschenfleisch ist. Ich esse gleich noch einen. Ich möchte, dass du dir eine eigene Hütte baust. Entschuldige bitte. In solchen Situationen muss man halt die Mittel nutzen, die einem gegeben sind. Da muss man dann auch mal Menschenfleisch essen. Aber keine Sorge, dich esse ich nicht. Hoffe ich. Wenn wir natürlich drei Tage da oben eingesperrt sind, kann ich für nichts garantieren. Aber erstmal habe ich nicht vor, dich zu essen. Reicht das? Das beruhigt mich ein wenig. Gut. Blub. Komm her, Baum. Stirb, du Baum. Stirb. Oh Gott. Vorsicht, Ludus. Vorsicht. Schön reinrennen. Natürlich. Weil der ganze Wald ist gleich tot. Ja, richtig so. Dann können die nicht mehr... Ja, aber wir können nichts mehr abbauen. Ach, Quatsch. So schlimm wird es schon nicht sein. Wir mähen alles nieder. Wo? Ich weiß nicht. Beide so voll. Ich höre nur ihn und dann dich. Oh, da ist er. Wo? Oh, da. Oh, der hat Arme. Was soll der sonst sagen? Das ist der Chef. Wir müssen ihn töten. Der läuft weg. Er läuft weg. Der CD ist um den Hals. Das ist ein Häufling. Ich hätte gerne die CDs, bitte. Na toll. Die gibt er nicht her. Voll die schlechter hier. Ich kann keine Arme mehr tragen. Oha. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah. Vielleicht kann ich ja noch Beine tragen. Aber mach du erst mal. Ich hacke meinen Baum hier fertig. Der hat mir ganz schön wehgetan, der Zack. Ich habe nur noch eine Medizin. Wir müssen noch mal zum Flugzeug zurück. Oder irgendwo anders mal eine Expedition machen. Ich brauche Medizin. Wir hocken generell schon seit drei Stunden oder so an einem Fleck. Ja, weil wir kein vernünftiges Haus haben. So noch 30 Stück. Ich hacke schon mal den nächsten. Aua. Ich glaube, wenn du das Haus tiefer gebaut hast, hättest du nur weniger gebraucht. Ja, natürlich. Aber ich wollte, dass es möglichst so hoch ist. Also wollte ich ja, dass es mit dem anderen Ding abschließt. So ein Dingsrad aufgehabt, ein Bokki-Tokki oder was? Wer? Du. Ich? Ja. Ich hab dich noch. Okay. Du. 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 das war ein vogel ich dachte schon er ist doch ein schöner baum zwei schöne bäume ich hau mal den ganz langen hier oben ziehe dich nicht so geht doch was es was es Hundert, dreizehn Stück noch. Oh Gott. Schön unter dem Baum gelaufen, ey. So, hier war auch noch so ein langer... Langer. Sie hat langer gesagt. Oh, nö, jetzt ist der schon wieder im Arsch. Nur noch fünf. Ja, warte, ich mach hier. Ich hab schon. Wenn du mithackst, fühlen wir uns nur wieder so gegenseitig weh. Nein, nein. Ich nehm die vorne. Ja, das passt genau. Bam, bam. Wir haben sogar noch einen über. Super. Bin ich mal gespannt. Oh, nö, ist sogar gut. Ja? Ja? Ich war mir nicht sicher. Ich hab's einfach irgendwo hingebaut. Ja, gucke, wir können direkt hier vorne reinlaufen. Perfekt. Hallo. Blockier nicht... Hallo. Blockier doch nicht immer die Tür. Guck mal, hier ist richtig geräumig. Ey, hier fliegt ein Vogel durch die Bude. Hallo. Oh. Wie sieht man ein Vogel? Der saß da eben auf dem Fenster. Ja, ja, genau. Ja, was? Der Vogel, wer kennt die nicht? Oh, du verarschst mich. Finde ich nicht okay. So. Ich hab das Haus ein bisschen kaputt gemacht, glaube ich. Wieso? Weil ich eben dagegen gekloppt hab, als ich den Vogel töten wollte. Der auf dem Haus saß. So. Das war schon eine wackelige Angelegenheit hier. Huch. Huch? Ähm. Ja. Probier mal was aus. Äh, nee. Also Floors kann man hier nicht hinsetzen. Aber wir könnten wahrscheinlich... Wir können von hier aber ne, ähm... The Foundation bauen. Ne Brücke, nee, ne Brücke zum anderen Baum hin machen. Aus, äh, so Hängebrücke. Warum sollten wir das? Ich weiß nicht, warum nicht? Je näher wir an den Bäumen sind, desto... Äh! Desto eher haben die Viecher eine Möglichkeit, auf unser Haus zu springen. Also wir sollten hier die Bäume schon von unserem Haus weghalten, glaube ich. Desto... Verarsch mich nicht. Das kann ich nie tun. Aber ich seh nicht, ob das auf einer Höhe ist. Das ist doch Käse. Huch. Was ist das denn hier? Was denn? Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ich baue irgendwas. Achso, du warst irgendwie irgendwas... Ja, ich wollte... Baust du da? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ah, guck mal! Oh, ich mache ne Terrasse, Mann. Äh, what? Keine schöne, aber... Ich bin schon fertig. Ich kann gar nicht aufhören zu bauen. Drück eh, eh. Du musst eh drücken. Okay. So. Das ist ein Gerüst. Und da können wir dann wieder Platten draufbauen. Und dann haben wir ne fette Terrasse. Sind auch nur 43. Das ist okay. Ja, ist okay. So, ich muss mal gucken. Ich habe doch hier vorhin irgendwie Fell gehabt. Oder auch nicht. Hm. Na gut. Dann nicht. Boah, leck. Irgendwer irgendwas hat schon wieder Geräusche gemacht. Das war ich. Dann will ich doch erhoffen. Blüpp, blüpp. Habe ich jetzt eigentlich wieder einen Ast in der Hand? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Hier ist was zu essen. Lodos, hier sind Beeren, die sind gut. Hast du Hunger? Ja, ich habe auch noch viel Fleisch. Ja, weil hier kein Feuer in der Nähe ist. Gib mir dein Fell. Ach. Ach, ich wollte das Reh töten. Das klappt einfach nicht. Das ist einfach zu langsam. Der ist immer so schnell außer Atem. Und dann soll eben auch... too sich에 her die Wasser Junge. Aber ich weiß weiß, es ist gut. Dann soll doch sagen, ich hab noch ein paar... Ach, du bist das da hinten. Mhm. Hat schon Panik gekriegt. Danke. Was? Danke? Danke.